Meisterhafte Medizintechnik seit 1949. Seit 70 Jahren stehen die Entwicklung und Fertigung von hochwertiger Medizintechnik im Fokus der Rudolf Storz GmbH. Beratung, Konzeption und Umsetzung, abgestimmt auf kundenindividuelle Wünsche und Anforderungen, sichern maßgeschneiderte Lösungen eine breite Produktpalette, die via modernster 3D-Cut-Technik entwickelt und realisiert wird. Fachkompetenz, Erfahrung und Praxisorientierung bilden die Basis für erstklassiges Hightech-Engineering, das sich im Bereich der Fertigung fortsetzt. Alle Konstruktionsdaten, zum Beispiel für MF-Kopfhalte-Systeme oder Power-Tools, fließen direkt in die Programmierung hochtechnisierter 5-Achs-CNC-Maschinen ein und garantieren Präzision in Perfektion. Dabei setzt der Innovationsträger Rudolf Storz heute in dritter Generation unter der Leitung von Olaf Storz neue Maßstäbe durch höchsten Automatisierungsgrad. Kunden profitieren von Zeit- und Kosteneffizienz, erzielt durch optimierte Fertigungsprozesse. Einschließlich eigenem Werkzeugbau und der Montage von Bauteilen in Handarbeit bietet Rudolf Storz ein umfassendes Leistungsspektrum in zertifizierter Premiumqualität. Ob Prototyp-Einzel- oder Serienteile, über 5000 unterschiedliche Produkte werden in der Produktionsstätte der Rudolf Storz GmbH gefertigt und kommen über Medical Bees als internationale Vertriebsgesellschaft MDR-konform zum Einsatz. Weltweit. Von der Idee bis zum finalen Produkt nutzt eine anspruchsvolle Klientel Kompetenz und Service aus einer Hand. Umgesetzt durch ein qualifiziertes Fachkräfteteam, das auf Umweltbewusstsein und Fortschritt setzt. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sind gestellt. Mit einer Erweiterung der Produktionsfläche steuert Rudolf Storz nachhaltig auf Expansionskurs. Rudolf Storz GmbH. Erstklassige Medizintechnik. Made in Germany. Entschuldigung des Merkensionsfläche.... ... Bis zum nächsten Mal.